Mit den Plakaten ist es spannend, weil es ja immer Diskussionen gibt, braucht man das eigentlich. Ob die in der Null oder die großen Flächen. Und ich glaube ja, weil es viele, die jetzt nicht aktiv Politik machen, Europa oder Bund oder Land, sich nochmal erinnern müssen. Wir müssen sie nochmal erinnern. Hallo, am 9. Juni ist Europawahl und die Plakate, die weisen jetzt darauf hin. Das heißt, jetzt kommt man im Straßenraum an, wenngleich, Moritz, da ja nicht nur die Kandidaten abgelichtet sind. Sondern das ist ja zum Teil, ich will das jetzt liebevoll sagen, es ist schon überraschend, wer sich da fotografieren lässt und wer aber gar nicht kandidiert. Ja, gehen wir mal durch. Also der Bundeskanzler ist auf den Plakaten von der SPD die ganze Zeit schon drauf. Und wir können versichern, er kandidiert nicht, er bleibt der Bundeskanzler. Ja, zumindestens erstmal. Bis zur nächsten Wahl, voraussichtlich. Ja. So, dann kandidiert auch nicht der Bundeswirtschaftsminister. Richtig auch. Und die Bundesaußenministerin kandidiert auch nicht. Herr Habeck und Frau Baerbock sind auch auf dem Plakat. Aber auch wir können hier bestätigen, live und in Farbe. Sie sind nicht auf der Liste. Nicht auf der Liste. Wer sie bei der Europawahl auf der Liste sucht, wird sie nicht finden. Genau. Dann hängt überall Frau Wagenknecht. Ja, auch sie kandidiert nicht. Nicht fürs Europäische Parlament. Nein, sie hat einige Jungs ins Rennen geschickt. Genau. Und dann haben wir, wen haben wir denn noch? Dann haben wir die Freien Demokraten. Ja. Die gute Nachricht für einige, die schlechte für andere, die Strack-Zimmermann kandidiert. Ja, das muss man ja sagen, weil Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin werden will, die ist aber nicht auf dem Plakat, weil sie A nicht fürs Parlament kandidiert. Das sollte man vielleicht auch gleich mal besprechen. Wie kann das sein? Und die CDU glaube ich auch, sie nicht kleben will. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Und die AfD hat ihre Kandidaten überhaupt nicht auf die Plakate gepackt. Nein, die sind jetzt… Aber das war eine weise Voraussicht, weil die sind im Moment mit anderen Dingen, China und Russland und sonstigen Spionage und Geldzahlungen beschäftigt. So. Und wir haben eine, die ist auf allen Plakaten. Auf der ersten Plakatwelle war sogar nur die Stirn drauf und trotzdem hat man… Die Augen, bitte. Die Augen und die Stirn. Über der Grasnarbe. Das stimmt, genau. Und du bist also auf allen Plakaten drauf. Jetzt hängen gerade das quasi Wirtschaft und Verteidigung als Thema, also auch unsere Top-Themen. Und wir sind mal gespannt, was in den letzten Plakaten kommt. Ja, und es wird, meine Damen und Herren, es werden noch zwei weitere Plakate kommen. Die werden dann nächste Woche, nächste Woche übernicht, also rechtzeitig, nicht zu übersehen aufgehängt. Also macht Fotos, schickt sie uns, damit wir sehen. Vielleicht habt ihr eine Plakatwand vor der Tür und denkt, ups, da ist ja jetzt was Neues drauf. Nein, es ist nicht neu. Es ist nicht nur die Augen, es sind auch Haare, Gesicht. Also wir sind gespannt. Machen wir ein bisschen so. Das war's.